Wirst du zumindest einmal, ich will den einmal sehen. Oh mein Gott! Ja, der ist massiv. Ladies and Gentlemen, wie ihr im vollen Trug schon gesehen habt, es gibt jetzt den Crowboss, beziehungsweise den guten Schrott-Schnabel, wie im Deutschen heißt. Und das Scrappy im Englischen. Er ist endlich da, das heißt, wir überraschen den Stream an, schnell, Vollgas, will ihn sehen. Und wie ihr im vollen Trug gesehen habt, haben wir auch. Und einfach Dave und ich haben uns dann eine schöne Runde gegeben. Überraschender PvP-Kampf war auch mit dabei. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, ist natürlich kein Muss, wäre aber ganz schön nice. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem neuen Crowboss. Ja du, Schrott-Schnabel und dann müssen sie das Season Pass einführen. Von mir aus kannst du es da weiterhin Event nennen und dann Event, man kann ja immer noch ein After-Event machen von dem Schrott-Schnabel. Würde jetzt zum Beispiel gehen, weißt du so, Akt 2 hat man die freigestellt, Akt 3 ist so After-Event. So und so auf wurde erledigt, jetzt kriegt man das und das. Ja, die gleiche Schrott-Schnabel. Ja, nice. Perfekt. Da können wir ja direkt zu den Gräbern, ey. Auf der Müllwärme. Ja, voll geil, wenn er in den Gräbern wäre, weißt du, da schön offen rumlaufen draußen. Der Klassiker. Ja. Wäre schon cool. Deine krasse Sniper, du. Ne, das ist ein Schrotti. Deine krasse Schrotti, du. Hm. Ha. Ich muss, das ist ein Schrott-Schnabel, ja. Weißt du, ich kann ja nicht mit den Billow-Sachen da ankommen. Der will exklusive Sachen sehen. Exklusive. Deswegen habe ich auch Feuer-Munni. Ja. Also, der sieht schon krass aus. Hm. Ja, nice. Hm. Wenn man dafür extra und spontanen Stream machen muss, dann muss das schon was böse sein. Hat er erreicht. Habe ich Tiermaske? Ja, habe ich. Okay. Nur für mich, die zu wissen. Ihm? Nein, ich habe leider nichts mitgenommen. Ich kann dir eine Gesundheitsspritze anbieten. Nein. Hm. Nicht da lang. Ein bisschen Gift-Schaden muss man schon mitnehmen. So. Da hin, was ist hier rechts, ne? Ja, aber links habe ich auch noch einen gesehen. Deswegen bin ich zu dem. Vielleicht würde ich den rechten, ähm... Nein, Hive. Ja, ich nehme die Hive mit. Alles gut. Ich gucke mich trotzdem mal den linken an. Aber nur um zu gucken, ob er vielleicht einfach bei dem Gerät da offen da rumsteht, weißte. Oh, ganz weit weg. Geht Richtung... Ja, da ist das. Ja. Docks? Ja, bleibt uns nichts anderes üblich, ne? Auch wenn ich behaupte, dass es wahrscheinlich eher so ein guter Bereich sein wird. Ja. Aber die Schlüssel kommen auch näher, ne? Hm. Hm. Kommt mir so vor, als hätte man den Assassin schon gefunden. Kriegst du mich nach Segemüde? Das neue Boste wird ein bisschen begehrter sein, denke ich mal. Hm. So wie bei, als wir Assassine hatten und keiner die Spinne machen wollte. Und wir alle, und alle, jedes Team steht vor dem Assassinen. So ein Gewinn, kann ich mir doch vorstellen. Ein Team ist immer dabei, dieses Denken, ja, ist mir noch egal, ich will nur gewinnen und Punkte sammeln. Und der andere dann alle so, boah, neue Boste, geil. Ah, im Untergrund, also im Unterlockbass. Oh, der Schuss war nah. Wie viel Hive wollen wir heute mitnehmen? Ja. Wie kannst du immer noch leben? Fünf Schläge, frech. Oh. Das ist seltsam. Ich schätze mal, dass es beim Krematorium sowieso aussieht. Warum seltsam? Naja, weil Schlachthaus ausgegraut wurde. Das ist halt irgendwie komisch. Normalerweise wurde er halt das nächste Nähe rausgegraut. Und dementsprechend würde ich schätzen, der ist beim Krematorium. Hm. I guess. Ich glaube, da kommen uns gleich Gegner entgegen. Ja. Übers Wasser, oder? Naja. Jetzt glaube ich auch ein bisschen. Ja, das ist auch scheiße. Ja, zumindest diese eine Wand nehmen, damit wir die Schüsse zerrücken. Zumindest so eine Wand vor. Ja. Ja, direkt über uns ist eine Halb. Ja, cool. Geht. Hier wird wild. Hm. Aber so weit ist die Range hier auch nicht. Oh, das sehe ich zum ersten Mal hier. Ich bin noch nie so gelaufen, dass ich den Geländer benutze. Oder so. Okay. Da kommen wir dem Krematorium irgendwann mal näher. Habt ihr bestimmt hier zugepitcht, weil immer mehr alte Leute mitspielen. Hm? Wir haben ja heute was richtig krasses gönnen. Ja. Ich habe mir heute Final Fantasy 15 Windows Edition. Ja. Und Final Fantasy 8. Okay. Geholt. Hier ist ein Dicker. Da habe ich... Ja, aber... Wrench. Da müssen wir jetzt eine gute Statistik. Da ist die Seegemühle. Okay. Du bist rausgeklettert, ne? Ja. Ich bin gleich im Weg wieder raus. Okay. Dann gehen wir Richtung Ranch. Finde ich jetzt schon krass. Wir haben jetzt schon 8 Punkte. Ja, ja. Krass. Meistens ist das ja so, wenn wir erst den Boss haben oder so. Ja. Ich finde es schwierig einzuschätzen, wenn man so lange warten muss. Weißt du, was wir jetzt ja gerade zum Beispiel hatten? Ja. Diese eine Meldung. Damit kann ich noch nicht so richtig arbeiten. Runder. 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 Haben wir jetzt 12 Spieler, haben wir wenige. Frag mich mal, in welchem Haus das ist. Oder ist der... Der ist nicht in dem hier. Der ist da. Der ist da drüben, dritt an. Ah. Der ist nicht im Spindengebäude. Also im Batschergebäude. Wir lassen uns in den Spindengebäude reingehen, würde ich sagen, oder? Hat man da eine gute Aussicht? Dann müssen wir jetzt einmal gucken. Na, das geht. Jetzt müssen wir jetzt einmal... Ich will den einmal sehen. Oh mein Gott! Ja, der ist massiv. Der ist massiv, der Junge. Ich will den nur angucken, Junge. Riech dir nichts auf. Ja, theoretisch ist hier das Gebäude schon besser. So, von der... Von der... Von der... Boah, der sieht aber geil aus. Das ist ein cooles Design. Ja, ne? Ich feiere das auch. So, ich würde mal sagen, ich schaue mal, dass ich hier die Wege irgendwie versperre. Hm. Mal gucken, wo kann man denn überall rauf? Kann ich wieder zu unserem alten... Ja, kann ich. Theoretisch dürfte das ja noch nicht mitgehen. Okay, hier ist eine... Hier ist eine Leife. Kann man so... Da kann ich aber nichts platzieren. Doch theoretisch schon so. Graben? Bei dir, oder? Wo war das? Nee, eher in deine Richtung. Na, okay. Hab ich mich doch nicht verrat. Da, wo wir letztens drin waren, bist du jetzt, ne? Ja, ich wollte wieder hochgehen. Wollte die Posi machen. Ich hab zwei Drahtminen noch hier verpackt. Kannst du gerne machen. Wenn du willst. Hm. Weil ich kriege zum Beispiel auch direkt mit, wenn hier was ist. Weil bei mir ist... Ich bin jetzt quasi im Vorraum. Das ist eigentlich gar nicht so kacke. Der Dito. Weil ich bin in diesem Vorraum, wo die dieses Liste mal reinkam. Hm. Ich hab eine bei dem Hauptthof verpackt und eine im Schnabelgebäude. Volksheißung. Und hier 277. Vor allem bei dir... Die haben zwei Ausgänge direkt. Die Ausgänge haben seit nicht rausgepatcht. Na, schade. Dann doch nicht. Zehn heißen muss ich erschießen. Ja gut, dass die alle gefaustet haben. Die rennen nach unten. Aktuell. Die rennen nach unten? Äh, ich hab... Loll. Aktuell, der Renze von der Segemüle? Weg von zwei Ausgängen in Richtung Viehzucht. Wild. Weiß noch nicht, was ich mit dir einfach mal zu machen soll. Vielleicht gehen sie ja noch hoch und mussten irgendwie so laufen. Kann natürlich sein, aber... Ja, Trey, jetzt sieht es nach oben rechts aus. Ja, die gehen jetzt nach oben rechts. Alles gut. Ja. Die mussten wohl so laufen wegen ihrer... wegen dem Gebäude da. Die wird grad ein bisschen Akku, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Das ist halt geil, finde ich. Weißt du, bei Batscher weißt du, okay, jetzt klingt er anders. Aber hier ist so... Jetzt sind wir so Svenny-mäßig. Hier sagt er, ist normal, ist halt nichts. Für Sandoli ist das nicht. Hä? Was macht der jetzt? Die Raben waren schon irgendwie strange, die wir gerade haben. Hm. Weißt du, für mich klingt das so, wenn du so die Map auf hast, du bist ja im Spinnengebäude, ich ja im Schnabelgebäude und rechts davon ist ja dieses kleine Kabuff da noch. Dieses kleine Häuschen. So, als könnte das da... Als könnte da jetzt noch welche sitzen, weißt du? Ja, das wäre logisch, meiner Meinung nach. Auch wenn man so die Raben mit einschließt, kamen ja ungefähr von da weg. Na gut, das heißt kleines Kabuff, das ist ein weißes Haus. Ja, aber... Zumindest von... Zweistöckig. Zumindest von unseren Häusern gerade hier im Vergleich. Okay. Die sind raus. Siehst du, das waren die Spieler, die keinen Bock haben. Jetzt sind noch die anderen, die alle gaffen wollen. Ja. Schüsse kommen aus Lockbell. Also wahrscheinlich das Team, was versucht hat, noch einen Assassin zu holen, hat sich dann doch entschieden, na weißt du, was Lockbell gehen? Und jetzt gehen die sozusagen die ganzen Dinger ab. Um zu schauen, wo die Krähe ist. Das klingt nach Kampf gerade. Aber hörst du Schritte? Ne, aber die schreit ja immer wieder auf. Zwischendurch. Aber meinst du, das macht einer im Nahkampf? Ich meine, es teoriösisch ist... Also für mich ist das so, zumindest könnte das ja sein, hier dieses... Ja, nur erst mal gucken. Ja. Aber da die Punkte holen, aber gucken, wie es aussieht und dann sich eine Pose suchen. So wie ich das gerade gemacht habe. Zwischendurch sehe ich den auch durch die Wand. Also ich habe hier so ein... Bei der Holzwand, da habe ich da so ein paar Löcher. Ich habe den Stream nebenbei oben. Ja, okay. Trittschluss ist möglich. Ich habe mir da auch noch mal vorhin in Final Fantasy VIII reingeguckt. So wie früher, ey. Melancholisch, wie geht's, eh und je. Pferd? Na, ich höre die, wenn die zu mir hochholen. Na, ich auch. Aber wenn sie hochholen, sind die eh down. Na, bei dir auf jeden Fall. Hm. Ich habe eine Idee. Ich bin auf dem Roof in Server. Normalerweise wundert mich, dass die Runde der Gäste überhaupt noch nicht vorbei ist. Die gehen ja normalerweise 10 Minuten. Weißt du, das klingt zwischendurch so, als würde er sein Stacheldraht prässt hier. Oh, hey. Ja, das macht er ja, wie gesagt. Ja, aber doch nur, wenn er im Kampf ist, oder nicht? Weiß ich nicht. Der wäre ja wohl nicht random. Oh, ich weiß, ich bin ein bisschen Stacheldraht. Nach einer halben Stunde ist das ganze Gebäude voll. Ich meine, das wäre schon witzig. Oh, das sieht auch komplett anders aus. Das hast du ja schon gesehen. Hm. Ja, vielleicht haben sie einen kompletten sich neu, mal gucken, so einmal gucken, okay, neuer Boss, da können wir mal ein paar Sachen probieren, oder so. Verhaltensmuster ändern und so. Ich meine, das siehst du hier schon. Da. Nest? Ja, hier auch. Hier drauf. Da liegen Eier. Hätten wir uns oben hier fast Röhr einmachen können, ne? Ja, echt? Wir sind auf der Farm, hier liegen Eier, jetzt noch die Kühe jetzt nängen und dann geht's ab. Ja, Mann. Finde aber auch cool, wie auf dem Dach hier oben auch so die ganzen Nester sind. Ja. Was hab ich eigentlich alles dabei? Quartiermeister, Doppelhandel, Leichtfuß, Weidwerfer, gut, dass ich nichts zum Werfen hab. Und Nekromant. Nekromant ist vielleicht mal wichtig. Ich hab stiller Mörder, Scharfschützen, wie sie ruhig atmen, Leichtfuß und Quartiermeister. Aber du musst dir unbedingt die Trailer auch mal angucken. Also bisher sind keine Spieler da, ne? Mhm. Ja, bis jetzt das ist normal, was er macht. Weil sonst wird er ja rot werden. Ich guck gerade einfach ganz halt hier diese Sicht an hier. Der ist genau jetzt eigentlich genau hier irgendwo sein. Ich hab mir den Trailer angucken, ist krass, wie der erschaffen wurde. Also es ist ein ehemaliger Soldat aus den 1886er Kriegen. aus den Unabhängigkeitskriegen. Ja. Der wurde im Krieg so verletzt, dass er Metallbeine bekommen hat. Mhm. Und scheinbar ist er dann während dieser komischen Aktion, die die Welt ja hier so verändert hat, was er rein 34 Jahre später spielt, ist er zweiter Kreer geworden. Mhm. Aber zumindest so für mich erst mal so auf first, first Blick Design ist ja der Beste. Ja, ne? Bin ich ja auch. Weißt du, die ersten beiden noch so normal, so halt eine Spinne und ein Schwein. Ne? Der Sessel schon ein bisschen ausgefallener, aber halt auch eigentlich so ein bisschen Schleim, so Schleimklumpen. Ja. So länglich. Das ist ja erst mal so richtig vieler Texturen mit so, ne? Mit so besonderem Design, einfach mehrere Phasen und so. Könnte eine kleine neue Hand-Ehre einleiten, weißt du? Ich glaub das ist ganz geil. Mhm. Dass sie vielleicht so wissen, okay, aktuell spielt das so viele, da kommt gut an, dass sie vielleicht dann denken, okay, dann können wir uns ja mal ein bisschen mehr Kreativität hier freien Lauf lassen. Also ich glaub das kann, das kann schon ganz geil werden. Also erst mal die Einzeltür hab ich, äh, auf der anderen, auf der Bossseite eine platziert und die, ähm, Doppeltür da ganz hinten quasi. Da hab ich meine Beine platziert, damit du, ja, ich hab meine da oben, in der Richtung, da oben platziert, so dass sie halt nicht von der Seite in die eine Hütte reinklöfen, weil die beiden unteren Füllte sind zu, die sind verbarrikadiert. Mhm. Also da hörst du dann schön den Stachel dran auf, Lücken. Nice. Ist immer noch alles ruhig, ne? Naja. Wundert mich tatsächlich. Mich auch, weil das ist schon wieder 24 Minuten nur noch. Ja, das ist ein, äh, Boss, normalerweise ist, denke ich, okay. Free Charakter, bisschen Jolo spielen, bisschen gucken. Na, gerade ist er wieder oben. Ich weiß halt nicht, wann wir den anfangen sollen, ne? Man, ich würde sagen, vier Minuten, dann sind wir so bei 20 noch. Ja. Weil, da wissen wir ja noch nicht, wie wir uns da anstellen müssen, ne? Ja, auf jeden Fall Feuer. Naja. Und jetzt kommt er raus, er ist Feuer im Mond. Debate im Trailer. Okay. Wie er aber auch weint, ne? Jetzt hat er so Schmerzen, so sein altes Leben ist noch so, so die Seele ist noch drin. Spürt die Qualen noch, will erlöst werden. Ich hab baum, ich hätte, weißt du, ich hätte, aktuell wird alles verfilmt und in Serien gepackt, weißt du? Soll HBO sich mal hier Hans-Schordon-Lizenz holen? Das wär geil. Das wär echt geil. Actually geil. Schon Geld anbuddern? HBO bottern ja gerne richtig viel Geld rein, ne? Den man ja auch beim Design von Game of Thrones, Westworld und sowas. Also so. Wenn sie aber glauben, stecken sie viel Geld rein. Und dann vom Aussehen her? Ich hätte auch Bock, was das so rum. Außer mit der Story und so, mit der Lore. Da kann man, da kann man, da kann man auf jeden Fall draus machen. Da kann man bestimmt mal erzählen, wie das Ganze überhaupt dazu kam. Ja. Oder Netflix. Netflix hat zumindest alles. Ist doch keine Erfolgsgarantie und wird dann vermutlich ein Anime. Mit Wahrscheinlichkeit. Also Dota hat jetzt auch sein Anime bekommen. Ja, aber Netflix macht einfach, wir kaufen was und machen darauf ein Anime. Aktuell sind sie voll drauf. Also auch keine dumme Strategie, um ehrlich zu sein, ne? Ja, ja. Das macht ja ein bisschen einzigartig. Der mir originale ist und dann auch so Anime-Richtung und so. Das ist auch der einzige Grund, wo ich mir zwischendurch noch Netflix holen. Also ich soll zwischendurch sehen, okay, das mal wieder Anime, der mich interessiert, dann hol ich mir Netflix. Das ist schon eher ein Grund für mich, weil ich weiß, okay, dann habe ich so ein paar coole Tage, die ich mitnehmen kann. Mir fällt gerade nicht ein, wie der Anime heißt, aber auf jeden Fall ein Netflix-Original. Da geht es um Menschen, die in der Welt aufwachen, wo es Leute mit Masken gibt und Leute ohne Masken. Und die Menschen ohne Masken, die haben halt noch die Kontrolle über ihr eigenes Handeln und wer halt eine Maske aufsetzt, der verliert sozusagen die Kontrolle über sein eigenes Handeln. Dann gibt es halt auch Spezifikationen dieser Masken. Und in dieser Welt wird entschieden, wer der neue Gott wird. Oh, ne. Das ist ganz strange, aber ganz geile, ganz geile Geschichte auf jeden Fall. Weil es ja da wirklich hart vom Überleben auch geht. Und ja, ganz cool. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, mir fällt gerade der Name nicht ein. Naja. Ich würde jetzt runtergeben. Wir sind bei bei 21. Ja, zum Beispiel. Ich habe mir da Kakeguri angeguckt. Ich habe mir dann Kakeguri. Das ist ein mega geiler Anime. Bei der Staffel durch. Dann Dohoi Dohoi. Wie ist das und so? Das sind so Mitgründe. Ich mache hier einmal weg. To bait. So. Äh. Aufnehmen. Mache ich mal die andere Tür einfach. Ja. Am besten da, oder? Kann man da durch? Ja. Weißt du, mein Gedanke ist, da achtet man glaube ich eher drauf, oder? Also da weniger. Wollen wir mal probieren. Gabi. Jetzt. Ich habe schon ein bisschen Bock gerade. Aber das Design ist aber auch hier. Oh, Leute. Neat. Der Fenster ist ein bisschen doof hier, ne? Okay. Ey, der nimmt schon gut Damage. Mein Brandenbunny ist nicht so verkehrt gegen den. Da hinten ist er. Kommt wieder an. Mal wieder durch. Ah, hier. Da war das Stacheldrahtgeräusch. Ja. Aber wo? Ach, da hinten. Hier. Ah, ich bin hinter der Tür. Ah. Er ist noch da. Junge. Warte, warte, warte. Er ist eingeschmiert. Der war ja gerade hier oben. Renn nochmal durchs Feuer. Oh. Oh, da muss ich gar nicht hin. Geht. Da spricht einer, David. David, da spricht einer im Chat. Ey, ich habe es gehört. Ich höre die leider nicht. Ich habe es gehört. Geht wie andere Seite, oder? Die kommen ran. Die kommen ran hier. Ja. Die waren gerade vor der Tür. Okay. Der ruft Hello. Rusher, ey. Da, die Raben. Hm. Ja, jetzt ist er rot. Jetzt ist er rot. Jetzt hat er wie ein Verspieler in der Nähe. Ja. Hinter uns. Jetzt. Ich würde mal das Statteldraht hier weg machen. Ist weg. Okay. Hier. Ich bin down gemacht. Die schreiben sogar Hello. Ich habe gerade Hello beschrieben. Er will zumal mit ihnen reden. Can we make tea, Walder? Er klappt doch. Hä? Okay. Okay. Denk er, ich bin allein. Ich glaube, ja. Ich meine, du kannst ihn rein... Okay. Rein lassen. Schuhe. Schuhe. Na ja. Und dann drauf knallen. Ja. Oder ich bin einfach vertraut für dich. Du wartest drin. Und ich knallst ihn ab. Hi. Hallo. Hi. Ich bin einfach weggeballert, den Huren zu holen. Alter. Alter. Was ist denn ziemlich für diese Aussage? War ein netter Typ. Leider falsches Spiel. Rudi. Alter. Der Lichter. Mhm. Ja, ich werde mal, ne? Na schade. Das mit meiner Brandmoney kann ich den wirklich noch anzünden, weißt du? Der lässt auch hier so Kisten fallen. Das ist mega. Schau mal. Mhm. Oh, geil. Was ist denn? Die Nebietstange. Oh, wie süß. Blendgranate. Und hier hat er einen Hammer fallen gelassen. Da liegt noch eine Schaufel. Eine Lampe. Ja, ja. Der greift dich dann mit der Schaufel an. Oh, geil. Die Lampe wird beschädigt durch Feuer. Schade. Ist hier noch eine Lampe? Ich würde unsere Mate gerne, unsere dritte Mate jetzt bestatten. Sag dann aber mal Hi. Hello, hello. Hello, hello. Ah, hier kommt man weg, David. Da hätte ich gar nicht wegkommen können. Hier ist auch Bus. Wo oben nochmal schnell. Wow, Alter. Ja, diese Stacheldraht ist schon hart voll. Aber ist auch geil. Alles hier. Ist alles leer. Der Gaun hat alles in seiner Taschen gehabt, ey. Ich glaube wirklich, dass er dieses Zeug in der Nähe aufnimmt, ne? Weil die haben auch expliziv so gezeigt, dass die ganzen Zentralen und so alles leer ist. Würde auch Sinn machen, bin ich ja nicht. Weil die ganzen Kisten hier sind leer. Ist ja nicht umsonst so. Vor allem, warum sollten wir hier dann Medi-Kids umlegen, ne? Oh, Mann, ey. Der Stacheldraht ist krass, ne? Ja, ja, ja. Würden wir den Medi-Kid nutzen, weißt du? Schön, den Gesang von dem nehmen. Aber wenn wir ihn erlösen, immerhin. Was denkt er, in welcher Community der ist? Was meinst du, war das ein Stufe 1-Typ hier oder Stufe 2? Also Jäger an sich? Jäger an sich? Stufe 1. Ich glaube, der ist halt auch nicht so erfahren. Denkt so, ja, vielleicht ist man ja hier nett. Ich meine, das ist ja besser für ihn, wenn wir jetzt ihn aufklären, dass er nicht so geht in Hand, als wenn er ein anderer macht. Das ist richtig. Hm. Vor allem in Russland, dann musst du mit sehr viel Action rechnen. Das ist richtig. Aber dann wissen wir, wenn es die Raben aufgeschreckt hat. Naja, ob der das war, bin ich mir noch nicht so. Ja, also zumindest kam er direkt aus der Richtung. Ich meine, warum sollte man den Raben aufschrecken und dann weggehen? Ne? Er hat ja auch eine Bärenfalle dabei gehabt. Hm. So, der ist, der, also der, man kriegt richtig so einen Bonus, wenn man den macht, so einen Verteidigungsbonus noch. Ich habe noch einen Stacheldraht bekommen, so eine Mine zum Legen. Bärenfalle lässt er droppen. Ist noch nichts. Ach, hier ist das Pferd. Ich habe niemanden gesehen. Okay. Okay. Hast du ihn schon verbrannt? Nee, ne? Nee, ich suche noch. Ich habe jetzt in Mäuse nachgeguckt und daneben. Hier sind halt irgendwie gar keine Lampen. Da habe ich nichts Feuermäßiges so weit. Da ist halt wirklich keiner da, ne? Also kannst du den Hinweis aufheben. Ja, aber... Ich bin noch nicht so weit. Ach, gar nicht. Ja, weißt du... Willst du jetzt warten, bis die alle, alle, alle anderen kommen, oder wie? Dann nehme ich das schon auf mich. Jetzt sieht er gar nichts. Der hat den ganzen Ort gelootet. So ein Geier. Ein krasser Geier ist das. Das ist ein richtig krasser Geier. Das ist wirklich gar nichts. Der hat den ganzen Ort gelootet. Das ist wild. Ich guck da jetzt noch einmal kurz kurz. Oh! Das ist eine Lampe. Geil. Krass. Damit ich komme. Ich warte hier. Der arme Bean, ey. Killer Bean, ey. Ja, Killer Bean war friendly. Die Story of the Life. Der arme Killer Bean. Der arme Killer Bean. Ne, nicht, dass Killer Bean jetzt noch kommt. Hier mit dem Rai Kagen, ey. Krass. Gift kickt rein. Da liegt er. Ja, du. Ich muss erst mal kurz Gift loswerden. Killer Bean, es war mir eine Ehre. Oder so. War mir eine Ehre? Ja. Lass die hinten rausgehen. Hm. Aber finde ich geil. Wie haben wir ein... Verpassen in der Surfer erwischt. Dann kommt der Killer Bean. Das ist eine neue Hand-Ära. Die Spieler fangen an, friendly zu werden. Er muss jetzt immer sagen, Are you friendly? Hm. Ich muss dann erstießen. Mhm. Can we make it team? Can we make it team, please? Klassiker. Allo, ich hab sogar zwei, das Steuerbordrappfall noch mal bekommen, du. Schaffelsteuerbordrapp. Hm. Ich hab ne gewachsene Dynamitstange und ne Spitterbombe. Daraus mitnehmen können. Also, vor uns sieht ganz gut aus. Aber hier ist schon mal geil. Weißt du, erste Runde heute? Direkt? Geil. Sehr gut, Yannick. Übertreib nicht. Ja, weißt du, du, ich hab ne... Ich hab meine Dänky. Schwarm-Muttern erschießen, ja? Ich hab hier alle gefaustet vorher. Ist das doof. Der Pamp Shotgun kickt rein, Leute, wa? Also, ich weiß nicht, was die anderen Teams gemacht haben. Die sind allerdings da alleine. Hm. Kann man so vorstellen, so der Typ solo. Dann die beiden, die den Assassin gemacht haben. Klang vielleicht noch ein anderes Team. Klang für mich einmal so kurz so. Kurzer Fall beim Assassin. Geh nicht ins Wasser. Ich seh's schon. Ich seh das. Pampo, hi. Und schon da. Kann ich noch mal Punkte fahren? Sieg. Und flieg. 14 Punkte. Auch ein persönlicher Rekord. Und daraus erstmal aus dem Siegerbecher heute trinken. Nicht verschlupfen, Janni. Nee, ich muss noch uploaden nachher. Dann kann man sich das nicht leisten. Ich muss überlegen, was ich Donnerstag und Freitag streame, wenn ihr da beschäftigt seid. Ich hab Volker gefragt, ob er mal wieder mitmachen möchte. Aktueller Stand ja. Aktueller Stand ja? Ich bin mal gespannt. Aber es ist wild. Weißt du, heute jetzt Schrottschnabel, Mittwoch, theoretisch dann, Trixxer. Ah, das ist wild. Die Missionsauswertung gönne ich mir nochmal schön. Finde ich aber gut, dass wir nochmal PvP gemacht haben in der Runde. Nur PvE wäre ja doof gewesen. Ja, total. Ich meine, das tat mir kurz leid, aber ganz ehrlich, ich hab dir so weggenommen. Ja, ich hab dir ihm auch gleich gegeben, als er die Tüe aufgemacht hat. Keiner war mein Freund, keiner war. Aber er hat auch nichts zurückgeschossen, muss man ihm sagen. An meinen Lasten. Äh, ja. Nachdem er ihn angeflossen hat, das hab ich ihm zumindest hoch angerechnet. Das war krass. Vielen Dank für's Einschalten. YouTube-mäßig haut rein. Und ciao. Wir spielen Stream, Mittwoch bis Sonntag, Daily. Schön einschalten. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.